super coole dachgeschosswohnung zwei zimmer mit duschbad und südbalkon kurzes deal im garderoben bereich mit der einbauküche einbauküche schön mit ablagen links auch ablagen noch zum südbalkon blick vom fenster aus gesehen zurück zum deal im garderoben bereich riesiges wohnzimmer für so eine kleine wohnung aber super schnucklig super schön schöner deal im fußboden blickfensterseitig gut Vielen Dank. Zurück zum Dielen, im Garderobenbereich. Kleines Schlafzimmer mit Südbalkon, Ostbalkon, aber Dachgeschoss ist eh egal. Leider regnet es heute gerade. Schön die Balken noch drin, super schickes kleines Schlafzimmer mit Ost-Südbalkon. Einen Schritt kann man ausmachen. Ein schönes Dachgeschoss. Aber theoretisch wäre Sonne, aber es schneit. Wie gesagt, theoretisch wäre Sonne, aber es schneit. Dann zurück zum Schlafzimmer wieder. Oder Arbeitszimmer, super kleines Schlafzimmer. Schön die Balken drin. Dann geht es zurück zum Dielen, im Garderobenbereich. Dann haben wir hier ein Duschbad. Handwaschbecken mit Spiegel. Leider kein Licht. Handwaschbecken. Vorhänge, WC mit Dusche. Kleine, feine Dachgeschosswohnung. Singlewohnung. Im Giebelchenstein. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Dann sind wir doch hier. Zwei Zimmer, Dachgeschosswohnung. Auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.